Hallo, ich kann Ihnen helfen, wetten. Kennen Sie das? Sie stehen auf in der Früh und fühlen sich noch gar nicht richtig ausgeschlafen. Jede Bewegung schmerzt, nichts geht einfach von der Hand. Sie fühlen sich einfach so belastet. Das kannte ich auch, bis ich das Geheimnis entdeckte. Und jetzt, jetzt möchte ich es weitergeben. Ich möchte es weitergeben an Sie. Ich möchte Ihnen helfen, ebenso ausgeglichen und ruhig zu werden wie ich. Ich habe das Gefühl, jede Situation zu meistern. Und ich möchte Ihnen dabei helfen, auch dieses Gefühl zu erlangen. Dabei biete ich Kurse an. Sie können sich gerne anmelden, als kleine Kostprobe. Und weil ich ja wirklich nur helfen will, biete ich den ersten Kurs gratis an. Bleiben Sie dran. Wir machen das gleich im Anschluss. Und dann werden Sie erkennen, das hilft Ihnen. Das hilft Ihnen wirklich. Ich würde sagen, fangen wir an. Sehen Sie, was ich mache. Es beginnt mit der richtigen Atmen. Atmet man korrekt, dann geht alles besser. Und ich sage Ihnen jetzt das Geheimnis. Folgen Sie dieser Anweisung. Und Sie werden mit der Atmung keine Probleme mehr haben. Und Sie werden sehen, es geht besser. Also, fangen wir an. Ein, auf. Ein, auf. Ein, auf. Sehen Sie, das ist die richtige Reihenfolge. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Immer schön abweseln. Nicht ein, ein, aus. Und nicht aus, aus, ein. Nein. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Sagen Sie, geht es nicht gleich viel besser? Wenn Sie weiter solche guten Ratschläge haben wollen, so rate ich Ihnen, gehen Sie auf meine Webseite. Ich blende die Adresse ein. Ich biete dort Kurse an über alle ähnlichen Themen. Trinken, richtig trinken, richtig essen. Die Probleme, sie werden sich in Luft auflösen. Und auch für Sie. Ich biete übrigens auch eine Hotline an. Falls Sie einmal Probleme bekommen sollten und wissen nicht mehr weiter, so können Sie mich unter einer speziellen Telefonnummer erreichen zu einem unglaublich günstigen Tarif. Das möchte ich nur vorausschicken. Sie werden sehen, ich werde Ihnen sofort weiterhelfen. Der Hund schon im Lamm. Moment, ich muss kurz unterbrechen. Ja, hallo? Hotline-Lebensberatung? Ja, ja. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ja. Hatten Sie die richtige Reihenfolge vergessen? Na ja, bitte sehr gerne. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So kann ich Ihnen helfen. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg in Ihrem Leben. Lass dich nicht verarschen. Lass dich nicht verarschen.